Okay. Okay. Geh... Hier ist er, Elena. Der geheime Eingang nach Shambhala. Nate? Ja? Ich seh nichts. Ich auch nichts. Wenn ich noch eine Wand hochklettern muss... Sieh dich weiter um. Irgendwo muss ein Hinweis sein. Bist du sicher, dass er das ist? Es muss einfach. Wir übersehen was. Ich bin es nicht gut. Ich bin es gut. Genau. Was? Pass auf. Verdammter Mist. Was machen wir jetzt? Bleib hinter mir. Fallen lassen. Na los! Zurück! Mist. Ich hätte dich töten sollen, als ich es konnte. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Zurück! Oh, drück doch ab, Kleine. Das überlebst du nicht. So, und du öffnest jetzt den Eingang zu Shambhala. Fahr zur Hölle. Kennst du dich mit Geschichte aus, Dreck? Ist zufällig eins meiner Hobbys. Genghis Khan, Saddam, Stalin, Pol Pot. Das waren alles große Männer. Aber wie kamen sie an die Macht? Du wirst es uns sicher gleich sagen. Weil sie den Willen hatten, das zu tun, was notwendig war. Mitleid ist der Feind. Gnade besiegt uns. Und wenn ihr keinen Beweis meines Willens folgt, dann lasst eure Waffen fallen. Tu es. Tretet sie weg. Also, du hast meinen Willen geprüft. Und jetzt werde ich deine prüfen. Uns zu töten wird dir nichts nützen. Bei ihm hast du recht. Aber du? Wenn du ihm was tust, kriegst du überhaupt nichts. Tja, dann haben wir wohl ein kleines Problem. Außer, ich bring noch jemand ins Spiel. Bring sie rein! Mist. Nimm die Finger weg! Jetzt geht eine mit gutem Beispiel voran. Und die andere ist Anreiz für deine Mitarbeit. Wähl eine. Das ist Blödsinn, Nate. Ja, lass dich bloß nicht darauf ein. Du willst meine Hilfe? Lass sie gehen. Das hier ist keine Verhandlung! Wen würdest du opfern? Und wen würdest du retten? Diese da? Willst du diese retten? Oder die hier? Lass den Scheiß! Hör auf mit dein Spielchen! Ich tue, was du willst. Komm runter! Hey, Arschloch! Dein Feuerzeug! Ich tue, was du willst. Du bist in der�도en. Ich tue, was du willst. Je tue, was du willst. Ich tue, was du willst. Du kannst die die Waffe? Ja, ich tue, was du willst. Ja, ich tue, was du willst. Ich tue, was du willst. Ich tue, was du? Ich tue, was du willst. Ich tue, was du willst. Allmächtiger. Was ist das? Ich weiß es nicht. Finde einen Weg und bring es in Ordnung. Und nimm den da mit. Vielleicht läuft diesmal ja nächstes Schiff. Und, Mr. Drake. Keine vollen Tricks, verstanden? Gut, nach dir. Du hinterhältiger Mistkerl. Ja, ich hab halt beim Besten gelernt. Jetzt mach schon. Komm. Ja, mit der Waffe bist du stark, was? Lauf mir nicht weg. Dranbleiben. Ich halte schon mit. Ich lass dich nur vor. Moment. Warte. Papa hat ne Knarre. Das Lazarewitz dich noch nicht umgebracht hat. Hilf mir mal hoch, Kumpel. Geht doch. Oh, Vorsicht. Das ist nicht weit. Hey! Sorry. Ist das vielleicht im Weg? Schön, dass du Spaß hast. Tut mir echt leid. Na toll. Siehst du, vertrau mir doch einfach mal. Na bitte, Schätzchen. Na los. Du zuerst. Wehe, du führst mich in ne Sackgasse. Hier durch. Ich glaub, deine Wampe passt da nicht durch. Hilf mir schieben. Ei, ei. Okay, Teamwork. Wie in alten Zeiten, was? Wie haben die den Karrenblut nah hinbekommen? Na und, wir müssen nach ganz oben. Fast wie Sonne. Nein. Hilf mir schieben. Okay. Na los, Mädchen. Auf geht's. Das ist doch deine Mutter. Ne. Ich hoffe, du schaffst den Sprung allein. Meine Hilfe kannst du vergessen. Was du kannst, kann ich auch. Ach, hilf mir. Ich weiß, hilf mir. Ich weiß, hilf mir. Ja. 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 Okay, machen wir sie auf. Da ist noch eine Tür. Okay. Was musst du tun? Was müssen wir tun? Wart einfach hier. Wie üblich regle ich alles. Wirklich? Moment. Was? Die Symbole. Ich kenne die Symbole. ミieu. Oh,, das ist eine Symbole. So ein kleines Buch. So große Zylinder. So große Zylinder. So, so große Zylinder. Ja, ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Was soll das? Na bitte! Wasser! Oh Mist! Was soll das? Okay, hier! Danke! 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 Danke!